Wer es eher schafft? Da rennt er! Er oder sie ist das ein... Kann ich nicht... Ich glaube es ist eine sie. Und weg. Kann nicht sein... Oh, da bin ich. Kann nicht sein, es ist doch der Buttersträusel. Bin da. Das ist aber die Buttersträusel. Keine Gratisproben. Was? Keine Gratisproben? Nein, dann kann ich nicht. Kein Rabatt? Also nein, das ist ja... Nein, das geht nicht. So, da können wir nochmal unsere Audioeintragkollektoren abgeben. Äh, haben wir überhaupt schon wieder neue eingesammelt? Ja, also ich hab eins. Meine Eins hätten wir geholt. Einen hab ich auch. Nein, ich hab zwei. Ja, ist wieder klar. Wir sind alle ohne dich nicht dahin gegangen, ich weiß. Ehrlich, ich hab da... Nee, ich bin nicht ohne euch da irgendwo hingegangen, das weiß ich sehr sicher. Ja, 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 ja. Schon klar. Ach komm, geh weg. Sagst du immer Ladebildschirm aber wahr? Ladebild... wartet mal eben hier, du Jungs. Scheiße, jetzt habt ihr mich durchschaut, das ist nicht gut. Die legt ihre Taschen voll, was? Ja, also das ist der Ladebildschirm. Ja, ich gestehe, ich hab auch schon was Gelbes hier gefunden, aber... Was soll's. Das ist Zufall, das kommt mir entgegen. Mich bringt nichts Zufall. Das ist aber auch neu hier. Ja, genauso wie das andere. Hallo, es schlägt mich. Das ist jetzt eben... Levin Stuntz. Warum sind wir nochmal hier hingegangen? Was wollten wir hier? Die Brutstätte wurde angegriffen. Übrigens bin ich auch da, seid ihr alle da? Äh... Ja. Ja. Hast du? Die Brutstätte wurde angegriffen. Ja, und wir müssten jetzt zusammen mit Rocks die Blutstätte befreien, sozusagen. Was ist eigentlich eine Brutstätte? Da werden die zahmen Stachel-Peitschwanz-Greifviecher da, die ekligen... Ach, die knuffigen Haustierleinchen. Ja, genau, die die Char sich tatsächlich als Haustiere halten. Haben die Oga nicht auch so Zähmlinge? Genau. Müssen wir mit den Menschen hier selbst sprechen? Ja, ich muss die Änderung nochmal neu starten, denn wie gesagt, ich hab's ja schon gemacht. Ja, muss eben resetten. Ja. So, auf geht's! Oh! Oh! Ich fühle mich wie in einer anderen Welt. Alles ist viel jünger und frischer. Wir sind dicht dran. Ich habe mich umgesehen, während ich gewartet habe, und es sieht übel aus. Anzeichen von Schauflern. Wir schleichen uns so nah wie möglich an sie ran. Dann heißt es schnell und hart zuschlagen. Was Rox nicht weiß, ist, wir sind ja die größten Schleicher vor dem Herrn. Haben wir ja vor einigen Folgen beweisen können. Jego! Ah, und schon hat uns keiner gesehen, das ist die Geschichte. Wir sind überhaupt nicht hier, das sieht nur so aus. Das ist ja sozusagen die perfekte Illusion. Wir tun so, als täten wir so, als wären wir nicht da. Und direkt da unten. Alter, Larian, was machst du denn da unten? Ach. Ich sitz hier so umgeblieben. Nein, ich sitz hier so. Ich habe das ja schon erlebt. Ich habe hier noch fette Heals. Von denen du auch was abkriegst, wenn du in der Nähe bleibst. Ach, mir geht's klasse. Oh, bis 2400 Schaden mache ich uns. Seht ihr eigentlich, was ich sehe? Nur hier. Klickt mal auf die Gegner und guckt euch das Level von denen an. 81. Jumel, Herrgott. Aber man wird ja hochgestuht. Du wirst ja hochgestuht. Das Sehtvermögen ist in Japan, die kommen das aber nicht so schön. Ja. Es tut mir leid. Die werden zwar hochgestuht, aber das ist ja genau wie mit dem Runterstuhl. Wenn ich jetzt ins Königental gehe, dann mache ich ja auch alles Platz ohne große Anstrengung. Auch wenn ich runtergestuht bin und Hilfe. Wo liegst du? Da. Auf den Stufen der Erfolgsleiter bin ich. Oh, oh. Ich muss ja ein bisschen in Bewegung bleiben hier. Ich glaube, ich muss ja hier ein bisschen Heilung verteilen. Wenn ich überhaupt dazu komme, ich werde nämlich immer unterbrochen. Kippst alle weg. Bleib jetzt eben ein bisschen in der Wassereinstimmung. Das war mal herausfordernd bis jetzt, ne? Wollen wir doch mal festhalten. Ja, habt ihr alle euch was zu essen reingehauen? Okay. Ups, meint es alle. Guter Hinweis. Moment, was esse ich denn? 45 Trapps. Oh, eine Statue. Inschrift lesen. Mhm. Bezoll dem Peitschen-Trop und seinen tapferen Legionär. Bakus Geißelpeitsche-Respekt. Jo, man. Respekt. Weiter geht's? Äh, ja. Oder? Ja. Gut. Wofür sind wir sonst gekommen? Nein, hier sind wir nicht lang gekommen. Nein, wofür wären wir sonst gekommen? Ach so, das ist wahr. Ich werde euer Blut schmecken. Das finde ich irgendwie unhygienisch. Wir rangen schon wieder so viele Wälder rum. Mann, 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 ist das verwirrend. Eigentlich viel zu wenig, immer. Töte sie alle. Töte sie alle? Na, Mann, diese Gewalt. Ist das denn notwendig? Muss das sein? Siehste, schon blutet jemand. Das ist doch nicht richtig so. Kann man sich doch wehtun bei. Haslo, äh, du bist ein bisschen in Schwierigkeiten. Falls jemand heilen könnte. Ah, da jetzt geht's wieder. Ah, wunderbar. Super Combo. Wälder, du bist da oben auch in Ordnung. Alles, alles super, jawoll. Schön. Hier wird es brennen. Alles! Das ist ja. Veteran! Lassen wir erst den Kleinen noch fertig machen. Ehe wir uns auf den Veteran schlitzen. Wir sind gerade alle etwas konzentriert Daher So wenig gerede Etwas schweigsam Hey der läuft mir immer da raus, das ist ja dreist Fällt euch auf, dass der faucht wie eine Katze Er läuft auch ab und zu nicht freiwillig raus Sondern ab und zu fliegt er von mir an mit dem Gewehrgold Wenn er mir umfällt, dann fliegt er durch die Gegend So, weiter geht's Ähm, warte, bevor wir da reingehen Da sind jetzt gleich sozusagen sowas wie Periskope Und die sollen wir kaputt machen Aber gleichzeitig hauen uns noch ganz viele andere auf die Ömme Aber wir müssen die Dinger kaputt machen Denn sonst kommen wir nicht weiter Also würde ich vorschlagen, ganz schnell Dinger kaputt machen Dann sammeln und dann die komischen Typen Klingt doch nach Spaß, ich hab bereits das erste als Ziel markiert Okay, ich bin bereit Ich hol mal mein Pättchen Wir müssen etwas tun Und das tun wir auch Nächstes Ziel Und äh, nächstes Ziel Und dann den letzten Wälder Hier, hier Schaltkanonen sind Down Jetzt, äh Die Bieste hier blätten Äh, fliehst du, Bella? Ich seh dich grad nicht irgendwo Ja, das ist auch schwierig Ach da, neben mir Du springst immer so wild hin und her, bleib mal still Ja, ich hab grad deinen Klon gehalten Ich geh jetzt nur noch links und rechts Ja Ach, gut Ach, da ist ein Veteranen bei Oh, 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 wir heben uns in den Stand Oh, Brausewind Brausewind Hebt schon auf Ein sanfter Regen Will uns von unseren Schmerzen befreien Will Feinde eingefrostet werden Alle meine Segen habt ihr jetzt, glaube ich Das ist schön, ich hab jede Menge davon Ja, der kann uns nix Ja, wunderbar Das haben wir doch wie die Profis gemeistert Oh, da kommt noch mehr Ja Ja, wir müssen jetzt die Brutstätte halten Sozusagen Zwischendurch das Loot nicht vergessen So wie ich Gibt zwar nicht viel Schönes Aber davon ist viel viel 30 von 30 Eindringlinge getötet Ach, die zählen da auch zu Das ist ja super Also wer für das Live-Event diese Eindringlinge mit den Portalen noch nicht voll hat Die zählen dazu Ja, aber ich glaube, du musst 160 davon töten Das heißt, du musst es ein paar Mal öfter machen Ja, ja, das muss man jetzt hier Aber wir gehen ja auch noch in die andere Instanz Die, wo die Brutwagen aussehen Ja Boah, ich hätte mit meinem Wächter kommen sollen, ey Der ist 80 und der haut schön drauf Aber wir kommen doch zurecht, oder nicht? Ja, aber es wäre besser Ja, aber es hätte mir besser gefallen Ja, so kriegen wir halt auch noch was zu tun Ich komme aus zwei Richtungen gleichzeitig Ich habe irgendwas ganz falsches im Target Ich bin doch den hier vorne, so Das ist schon besser Jetzt mach ich mal Wenn die irgendwo Heal braucht, sag Bescheid Ne, ne, nicht das Viech Noch mal Zeitschleife Ah, dankeschön Von hier sind, ne Dankeschön, dankeschön Wupp, die wupp Haben sie erledigt Da, eine Bälle kommt noch Na, hau ab, du Biest Warum hier brennen sollt ihr Braucht ihr Heilung? Nein, braucht ihr nicht Gut Jetzt aber Das war noch wohl Nein, ein Veteran Äh, er ist auf die Kleinen, würde ich sagen Von hinten auch ein Veteran Ja, den meinte ich Das war der, den ich gesehen hatte Glaube ich Also, dass du das jetzt meinst, dass ich den meinte Das, äh Weiß überhaupt noch jemand, wovon ich rede? Ja, klar Davon, dass zwei Veteranen da sind Und wir uns keine Sorgen machen sollen Aber es ist ja in Wirklichkeit nur einer da Aber keine Sorgen, sondern wir müssen es trotzdem machen Ja, das wird sein Ja, der Damage-Output von Wasser ist schon, äh, ziemlich niedrig Aber dafür kann ich euch gut heilen Mit jedem Schuss, den ich hier mache, kriegt ihr da 400 Taiheats und so Das ist schon, äh, der beste 3700 war meine höchste, was ich jetzt gesehen habe Das ist ja auch noch nicht die Welt Ha, geschafft! Ab會 Anhaltend